Bitcoin droppt und wer ist zum größten Teil daran schuld? Ihr könnt es euch schon denken, oder? Coinbase ergibt sich dem Druck und der angedrohten Investigation von der SEC und beendet mit sofortiger Wirkung ihr angestrebtes Landing-Produkt. Ripple hingegen sieht das ein bisschen anders in ihrem eigenen Gerichtsverfahren mit der SEC und denkt überhaupt nicht daran, ein Agreement mit dieser zu finden. Die Gründe dafür besprechen wir natürlich gleich und was sonst noch so alles bei unserem Start in die Woche passiert ist. Also dranbleiben. Stay tuned. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Krypto-Noobs. Ich bin hier der Chef-Animateur Jan Martin aka Automatic Moneymaker Martin. Wir sind ein Team, bestehend aus drei Loops. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was bei uns im Krypto-Universum so passiert, auf dem aktuellsten Stand sein wollt, by the way, und vielleicht auch an ziemlich präzisen und knackigen Preisprognosen und Marktanalyse interessiert seid, was soll ich sagen, dann habt ihr genau den richtigen Kanal eingeschaltet und hoffentlich auch abonniert. Und wie immer, ganz genau, legen wir sofort los, gucken uns die Top 100 an. Ich aktualisiere die Geschichte nochmal ganz kurz. Ja, und wir können hier sehen, 44.000 haben wir jetzt gerade. Wir waren schon im unteren 42.000er-Bereich tatsächlich. Hatten wir aber, haben wir ja alles mit in unserem Plan mit einbezogen. Denn wir wissen ja, seit die ganz krasse Liquidisation kam, der Level Trader, das ist ein, im Mai war es so, es war dieses Mal auch so, wir brauchen dann immer zwei, drei Wochen, um uns wieder zu regenerieren. Und das bedeutet auch, dass es natürlich mal einen Ausbruch nach oben geht. Das bedeutet aber auch, dass es einen Ausbruch nach unten geht. Der war heute wieder ein bisschen sehr schnell und er war wieder ein bisschen sehr heftig. Warum? Hm, was sehen wir hier? Genau. Liquidations. Nicht so heftig wie vor ein paar Tagen, würde ich gerade sagen, aber vor zwei Wochen. Aber da hat es ja auch richtig geknallt, muss man sagen. Aber wir sehen, es sind wieder, ja, Menschen liquidiert worden. 1,3 Milliarden in knapp. Jetzt in den letzten 24 Stunden. 260.000 Trader wurden liquidiert. Wir können auch sehen, der meiste Teil ist in den letzten 12 Stunden liquidiert worden. Beziehungsweise der größte Teil ist in den letzten 12 Stunden liquidiert worden. Ja, und das zieht halt immer den kompletten Markt mit runter. Deswegen wissen wir, Kryptonoops, was legen wir allen Menschen ans Herz? Ganz entspannt, ganz locker, wie wir sind. Niemals Leverage Traden. Niemals. Never ever. Und wenn ihr Menschen kennt, lasst es bitte bleiben. Und für euch nochmal, falls ihr nicht wisst, was das genau ist. Im Endeffekt ist es eine Trading-Variante, bei der ihr einfach pleite gehen könnt. Das heißt, ihr werdet liquidiert. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht erzählen, oder? Wir können genug Gains so machen, wir können auch genug Geld so verlieren. Nur was uns nicht passieren wird, ist, dass ein Coin komplett tot geht bei uns. Er kann 99,999% nach unten gehen. Alles okay, kann passieren. Aber wir haben den Coin noch und wir können noch hoffen, dass er vielleicht nochmal nach oben geht. Wenn ihr Leverage Traded, dann werdet ihr liquidiert. Das bedeutet, alles ist weg. Niente es mehr da. Niente nada, nunca de nada de nunca, von die nunca mi di nada. Nichts mehr da. Also lasst es. Und wenn ihr Menschen kennt, die das machen, legt ihn bitte auch ans Herz, dass sich vielleicht nicht machen. Denn der ganze Markt wird davon immer mit beeinflusst. Es gibt dann immer diese Schneeballfunktion, weil wir auch immer, wir werden immer, die werden nie weggehen. Paper Hands werden nie weggehen, weil auch immer wieder neue Leute ins Krypto-Universum kommen. Das am Aktienmarkt etc. Das ist genau dasselbe. Paper Hands wird es immer geben. Und die ziehen den Markt dann natürlich noch ein bisschen weiter mit runter. Ganz klar. Kommen wir mal zu den Themen des Wochenbeginns, meine Damen und Herren. Erstmal eine kleine, nicht lustige Nachricht, aber interessant. Es sind dieses Jahr, glaube ich, schon drei Wallets reaktiviert worden, die seit über zehn Jahren nicht mehr angefasst wurden. Und von denen man auch gedacht hat, dass sie tot sind. Und hier können wir sehen, an ancient Bitcoin stash worth 30 million just moved. The stash was worth, oh man. 8.195 Dollar when it was first deposited. Also als der Kollege die gekauft hat oder sie wurden beziehungsweise auf dieses Wallet transaktioniert, hätte ich jetzt gerade fast gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Transferiert, danke meine Damen und Herren. Transferiert mit einer Transaktion, meine Damen und Herren. Transaktioniert. Wir machen weiter. Aber da hatten sie einen Wert von 8.195 Dollar. Jetzt sind sie 30 Millionen wert. Hier steht das auch nochmal. Seit 2012, also knapp zehn Jahre, darüber habe ich ein bisschen geschummelt, meine Damen und Herren. Am 10. Dezember 2012 hat dieses Wallet 616,2 Bitcoin bekommen. Damals war Bitcoin 13,30 Dollar wert und die ganze Transaktion hat ungefähr 8,19 Dollar gekostet. Wie auch immer, Bitcoin ist jetzt oder beziehungsweise war zu diesem Standpunkt, also vor ein paar Stunden, beziehungsweise war gestern, 47,8. Das bedeutet, ja, diese 616 Bitcoin hatten da einen Wert von 29,4 Millionen. Und da wir jetzt mal ganz entspannt davon ausgehen, dass wir nochmal die 100.000 knacken am Ende des Jahres. Da hat aber jemand nochmal richtig zweiten Geburtstag. Auf jeden Fall würde mich mal interessieren, da bleibe ich natürlich auch am Ball, ob man rausfindet, wer das war. Also ob man weiß, welche Person das war. Weil ich frage mich halt immer, warum hast du es vorher nicht angefasst? Warum jetzt auf einmal? Ich meine, das lag da jetzt neun Jahre, will der Kollege mir erzählen, dass er gesagt hat, oh no, ich wusste genau, was hier passiert vom 9. 2012 und 2013. Und als wir den Bullrun hatten und den nächsten Bullrun hatten, 2017 und so, ich wusste natürlich ganz genau, was passiert. Deswegen habe ich die nicht angefasst und mir geht es ja auch so, bla 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 bla, hör doch auf. Man zahlt sich doch ein bisschen was aus. Aber so eine Story kann ich auch nicht mehr hören, wenn irgendwelche Leute sagen, auch bei YouTube oder wenn ich diese Story sage, ich habe so und so viel Bitcoin dann und dann gekauft und du hast nie was ausbezahlt. Hört auf Leute. Passt immer darauf, dass die Geschichten auch realistisch sind, die euch erzählt werden. Und hier nochmal. Earlier this year, a wallet containing 5 Millionen in Bitcoin came online again after lying dormant since June 2010. Also, Anfang des Jahres ist auch ein anderes Bitcoin Wallet wieder zum Leben erwacht, welches seit 2010 nicht mehr angefasst wurde. Und, jetzt kommt's. And last year, a wallet containing Bitcoin mined in February 2009, one month after the first Bitcoin block was mined, cashed out to the tune of 500.000 dollars. Prompting speculation that the transaction had something to do with Bitcoin's enigmatic creator, the pseudonymous Satoshi Nakamoto. Der war's, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich hatte euch auch schon mal gesagt, ich werde nochmal irgendwann eine Sondersendung darüber machen, weil ich da auch einfach Lust drauf habe. Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, wer es sein könnte. Ich glaube, dass ich weiß, wer es ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Kollege das war. Trotzdem, für mich auch wieder so. 2009 ist der gemeint worden und wurde halt bis 2020 nicht angefasst. Würde mich wirklich mal interessieren, ob die durch Zufall gefunden wurden oder vielleicht vererbt wurden oder so. Das kann ja sein, dass es auch irgendwelche Kollegen waren, die gesagt haben, okay, mir geht's jetzt auch so gut genug. Ich hab mal einen schönen Lebensabend und das ist jetzt für meine Kinder und Enkelkinder. Und die haben denen dann das Hardware Wallet vererbt. Kann ja sein. Coinbase, hatte ich euch eben am Anfang gesagt, haben dem Druck der SEC nun nachgegeben und haben ihr Landing-Produkt wieder eingestampft. Das Problem war eigentlich, also wie gesagt, Coinbase hat lange nicht rumgemuckt, hat nichts gesagt. Im Juni hatte Coinbase bereits schon angedeutet, dass sie dieses Produkt auf den Markt bringen möchten. Aber wir hatten das mit dem Pool und Reinpingeln schon mal. Aber ich bin generell dagegen, dass man im Pool pinkelt. Aber wenn es euer Pool ist, dann macht was ihr möchtet, sagt es mir nur vorher bitte. Aber einen fremden Pool reinpinkeln ist nicht gut. Und das ist schon mal gar nicht gut, wenn der fremde Pool die Wall Street ist und die große Institutionen. Und wenn man dann noch ein Produkt anbietet, was dir einen Zinssatz gibt, der achtmal so hoch ist wie bei den normalen Institutionen, dann haben die vielleicht ein kleines Problem damit. Denn wir können hier sehen, Coinbase's Land Program plan to provide users 4% interest on holdings in Zinsen of the USDC Stablecoin. Far higher than traditional banking industry high yields accounts. Ist schon richtig, dass das so high yield, das müsst ihr euch mal reinziehen, dass die das high yield nennen. Which tend to offer an annual return of just 0.5%. The exchange plans to later roll out land to additional cryptocurrencies. Also Coinbase wollte erstmal dieses Lending Product erstmal nur für USDC machen und wollte das dann natürlich aber auch später auf andere Kryptowährungen ausbreiten. Aber wir können hier sehen, das ist halt das Wichtige. Das Wichtige sehen wir hier. 0,5% kriegt man da im Schnitt zurück und Coinbase wollte mit 4% anbieten. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich Coinbase vorher schon sagen können, dass da irgendwann nochmal ein kleiner Schuss kommt von der SEC. Und dass sich das die traditionellen Finanzinstitute nicht gefallen lassen werden. Aber ist in Ordnung. Coinbase hat auch gesagt, sie wollen weiter mit den Regulatoren zusammenarbeiten. Und sie wollen, dass klare Rahmenbedingungen für Krypto geschaffen werden. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie hier nicht den Weg der Konfrontation gehen und das so lösen. Muss ich dazu sagen. Genauso finde ich es richtig, dass Ripple weiter Gas gibt und sagt, nee, 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 nee. Wir zetteln hier mal gar nichts. Denn was die SEC in den letzten Monaten alles verbockt hat. Es wundert mich tatsächlich noch, dass dieses Verfahren, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt immer noch läuft. Oder vielleicht ist es auch so, das hatte ich vor zwei Wochen vermutet, dass Ripple jetzt schon versucht, hinter den Kulissen jetzt ein Agreement zu finden mit Ripple. Aber ich bin der Meinung, die sind so weit vorne gerade. Ich will jetzt nicht sagen, Ripple holt da herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Aber ich glaube, das Ding ist, wie gesagt, durch. Die Akten, die vernichtet worden sind von LCC, da frage ich mich überhaupt, muss ich auch nochmal dazu sagen, warum läuft das Verfahren überhaupt noch? Das ist doch klarer, ist das nicht, nennt man sowas nicht ein Gesetzesbruch? Ist das nicht Verfahrensfehler? Wenn man Dokumente einlöscht, die eindeutig wohl gegen einen wären, beziehungsweise Beweise, die nicht so gut für einen persönlich wären, wo man weiß, die wurden wissentlich gelöscht, dann wissen wir mittlerweile, dass wohl auch einige SEC-Mitarbeiter selber Ripple halten, was auch überhaupt gar nicht funktioniert. Du kannst ja wohl nicht Ripple halten und dann gleichzeitig ein Gerichtsverfahren gegen die Kollegen anstreben. Also, ich bleibe dabei, dass ich glaube, hat sich meine Meinung auch in den letzten Monaten geändert, muss ich sagen. Am Anfang war ich mir nicht so sicher. Ihr könnt das auch verfolgen. Ich sage immer, put your money where your automatic moneymaker is, beziehungsweise where your automatic moneymaker Martin is. Wir löschen keine Videos. Ihr könnt immer nachverfolgen, was ich vor ein paar Monaten gesagt habe. Ihr könnt auch gucken, was ich für Tipps für Coins gegeben habe. Auch ein Tipp, den ich euch ganz kurz generell ans Herz legen würde. Wenn ihr euch anfangt, YouTuber anzugucken, guckt euch Videos an, die ein paar Monate älter sind, weil, dann könnt ihr nämlich genau euch mal anschauen, was für Calls sie gegeben haben, welche Coins sie empfohlen haben und dann könnt ihr ja sehen, wie sich die entwickelt haben und wie gut die Kollegen waren mit ihren Predictions. So mache ich das auf jeden Fall immer, dass ich mir das mal ein paar ältere Videos angucke und mir mal gucke, dass ich gucke, dass ich gucke, dass ich gucke. Hier, ich gucke. Nein, also ich schaue mir auf jeden Fall mal an, was die Kollegen vor ein paar Monaten so fabriziert haben und was sie für Calls rausgehauen haben. Und deswegen, Ripple has no plans to settle with SEC over XRP. Confident Gensler will drop the lawsuit. Ja, sie sind natürlich auch immer noch, haben immer noch viel Selbstvertrauen und Glauben, was heißt nicht Selbstvertrauen, sie haben immer noch sehr viel Glauben daran, dass Gary Gensler, wir wissen ja, dass der Kollege Blockchain, das ist Professor an der Universität gewesen und hat da einen Blockchain Kurs gegeben. Und daher hat man ja gedacht, wenn der Kollege Chef der SEC wird, dass es alles ein bisschen pro Krypto wird, beziehungsweise geht, das ist aber nicht passiert, sondern eher das Gegenteil. Ich war auch ein bisschen enttäuscht von ihm, wir hatten ihn auch schon oft in der Sendung. Er hat jetzt allerdings mal das allererste Mal was Positives in unsere Richtung gesagt und zwar Gensler has shown that he recognizes innovation. During a US Senate Banking Committee hearing last week, the pro Bitcoin Senator Cynthia Loomis asked him, do you support responsible innovation? Gensler immediately replied, oh my gosh, yes, I mean it's brought us a light, man, I mean it's brought us these lights in the room. It's brought us the ability to have a hybrid hearing with your fellow members. I mean innovation is what support excess economic activity and give so much of us better opportunities in life. Das ist ja genau das, was wir auch möchten. Und wir, das ist nun mal so, das Universum, in dem wir uns befinden, das ist die Innovation und das ist die Zukunft. Glaubt es mir. Und er hat jetzt das erste Mal, als er nochmal darauf angesprochen wurde, weil er sich die letzten Monate ja nur komplett gegen Krypto geäußert hat. Und als er jetzt mal gefragt wurde, sag ich mal, bist du überhaupt für Innovation? Möchtest du, dass es vorangeht? Und da hat er natürlich gesagt, ja, ohne Innovation. Wenn wir nicht Innovation zugelassen hätten, dann hätten wir kein Licht, keine Elektrizität etc. Also, ja, also letzte Woche hat er, wie gesagt, das erste Mal was Positives gesagt. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich bleibe da weiterhin vorsichtig. Aber darauf beruhen natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung von Ripple. Es sieht im Moment wirklich sehr gut aus in dem Prozess und man hofft einfach, dass Gary Gensler, dass dem auch irgendwann klar wird, dass es bei diesem Prozess einen Gewinner und einen Verlierer geben muss und dass er sich dann auch pro Krypto entscheidet und Ripple die Klage zurückzieht. Es ist ja auch noch möglich. Ich meine, das ist noch möglich auf jeden Fall, dass Ripple sich noch komplett zurückzieht. Aber Ripple wird nicht aufgeben und das ist auch gut so und das sollten sie jetzt auch nicht machen. Nicht jetzt nachgeben. OpenSea ist im Moment natürlich auch fast Thema aller unserer Sendungen. Ich werde ja auch ab Mittwoch eine NFT-Sendung machen. Da gehe ich aber am Ende drauf ein. Genauso wie auf die Änderungen in unserer Sendung. Largest NFT Market by Volume OpenSea. Launched Smartphone Application. Also OpenSea geht auch für mich den nächsten logischen Schritt und hat jetzt eine App rausgebracht für ihre eigene Plattform, wo man dann auch NFTs traden kann. Ich muss euch persönlich sagen, ich werde mir diese App nicht runterladen, denn ich habe mir gerade, ja danke für die Glückwunsche, ich habe mir jetzt einen ordentlichen Laptop nochmal zugelegt, auch gerade um für euch ordentlich zu streamen, denn den, den ich vorher hatte, der war immer für surfen etc. Und jetzt habe ich mal einen, mit dem man auch ordentlich streamen kann, mit dem ich dann meine Blockchain-Games ordentlich spielen kann etc. Das bedeutet aber auch, dass ich meinen alten Laptop komplett platt machen werde und auf diesem wird nur Krypto gemacht und nichts anderes, damit auch keine Passwörter oder irgendwas auf irgendwelchen anderen Geräten von mir landen. Würde ich euch auch empfehlen, ab einer gewissen Summe euch sowieso ein Ledger oder so zu holen oder ein Tresor, dass ihr eure Sachen vielleicht komplett rausziehen könnt und ihr solltet euch vielleicht ein Gerät bzw. ein Laptop besorgen oder wenn ihr euch einen neuen kauft, vielleicht den alten nehmen, komplett platt machen und das nur auf diesem Krypto gemacht wird, mit eigenen Passwörtern, dass ihr da eure Ruhe habt. Und so mache ich das auf jeden Fall. Deswegen werde ich mir diese App nicht runterladen, weil das auch über MedaMask läuft. Ich habe ein paar Apps von Binance natürlich und KuCoin. Das sind aber nicht dezentralisierte, das sage ich gerade schon. Das sind aber zentralisierte Börsen. Und ich tendiere tatsächlich dazu, mir eher von zentralisierten Börsen, wenn überhaupt. Also ich glaube gerade, ich habe KuCoin, Gate.io und Binance. Die drei Apps habe ich gerade auf meinem Handy. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, es mehr werden zu lassen und mache den Rest dann lieber auf meinem Laptop. Aber um zwischendurch Preise zu checken, gucken, was neu raufgekommen ist, seine eigenen NFTs vielleicht auch zu checken, obwohl das geht auch wieder nur über die MedaMask. Ne, das würde ich nicht machen. Egal, es ist schon der nächste richtige Schritt. Und unsere Geräte werden ja auch immer sicherer, muss man auch dazu sagen. Trotzdem bin ich da der Kollege, der lieber den sicheren Ball spielt und das genauso mache, wie ich euch das gerade gesagt habe. Bei mir ist es tatsächlich auch noch so, dass ich kein Tresor oder Ledger habe, wird aber demnächst bis spätestens nächsten Monat, übernächsten Monat auch bei mir eintreffen, damit ich einfach ein bisschen was aus dem Markt ziehe. Fühlt man sich, glaube ich, einfach ein bisschen sicherer dabei. Ja, eine neue Woche, ein neuer Hack, meine Damen und Herren. Im Moment wird es ein bisschen viel und es sind oft die Bridging-Protokolls, falls euch das aufgefallen ist. Also die DeFi-Protokolle, die Brücken bilden zwischen den verschiedenen Blockchains. Das ist mein Gefühl, es sind meistens die, die angegriffen werden. Solana ist, nehmen wir da mal davon aus, aber ich glaube, Arbitrum macht auch was ähnliches, dass sie auch ein bisschen interoperable sind, interoperable, aber sehr schön gesagt, meine Damen und Herren. Ja, es war definitiv ein Black-Head-Angriff und der Kollege hat sich mit, können wir hier sehen, 277 Bitcoin, die ungefähr 12,5 Millionen Dollar wert sind, auf und davon gemacht. Ja, sie haben wohl die Adresse ausfindig gemacht von dem Kollegen, oder? Ich glaube, der ist komplett sogar weg. Nee, der ist komplett weg. Sie haben auf jeden Fall nur diesen Bug gefunden, also den er da, die Schwachstelle haben sie gefunden und haben sie jetzt auch ausgebessert. Warten jetzt auf ein nächstes, ähm, ja, auf eine nächste Überprüfung von Certic oder sowas zum Beispiel, dass da geguckt wird, ob jetzt nochmal, also ein Audit quasi, dass geguckt wird, ob da noch, ob es da weitere Schwachstellen gibt. Aber, wir wissen ja, was ein Black-Head-Angriff ist, habe ich euch mehrere Male schon in unseren Sendungen erzählt. Der ist wohl auf und davon damit. Und sie haben ihm jetzt eine Bounty angeboten von 1,5 Millionen Dollar. Also, to the Black-Head-Hacker, although this is a long shot, we are offering a clean 1,5 Millionen Dollar Bounty if funds are returned. Finding vulnerability, das haben wir auch schon abgeholt, das Wort, ne? Vulnerabilities, meine Damen und Herren. Hashtag vulnerabilities is part of the game, unfortunately. But we all want DeFi-Ecosystems to continue growing. Returning funds is a step in that direction, P-Network tweeted. The developers also reassured the protocol's users that they are working on a solution for users who were affected by the attack. Also, es geht um die Users, die davon affected wurden, waren alles Holder, die auf der Binance Smart Chain angegriffen wurden. Die wurde auch exploited tatsächlich, die Binance Smart Chain. Und sie haben jetzt, sie haben es schon gesagt, es ist ein long shot. Sie fragen jetzt nicht den Black-Head-Hacker, ob er nicht die Funds zurückgeben möchte und würden ihm dann dafür eine Bounty von 1,5 Millionen Dollar geben. Ich meine, wenn er wirklich komplett damit auf und davon ist, warum sollte er das machen? Ich würde es natürlich auch nett von ihm finden. 1,5 Millionen ist auch nicht wenig Geld, aber wenn er jetzt damit auf und davon gekommen ist, warum sollte er das Risiko eingehen, dass sie ihn jetzt an Ohrsch kriegen? Er muss das ja von irgendeiner Wallet dahin schicken. Ich glaube tatsächlich, dass das Geld weg ist. Ich hoffe trotzdem noch an das Gute. Wir haben das ja auch oft schon bei anderen Hacks erlebt, dass man gedacht hat, dass es ein Blackhead-Angriff ist und der Kollege mit dem Geld weg ist und denen das dann doch wiedergegeben hat gegen die Bounty. Hier wird das schwierig und ich finde aber auch schwierig, was die Kollegen hier gesagt haben. The developers are reassured to the protocols users that they are working on a solution for users who were affected by the attack. Also ihr arbeitet gerade an einer Lösung für die Kunden, die ihren Bitcoin verloren haben. Ich habe eine Idee. Gebt denen ihr Geld zurück, Alter. Stimmt denn mit euch nicht? Also hier, P-Network, Leute, ist bei mir gerade auf der Red Flag-Liste. Denn ihr wisst, genau, man kann immer gehackt werden, aber wenn das passiert, dann ist ganz wichtig, wie man damit umgeht. Und das schaue ich mir immer ganz genau an. Und das ist für mich eine Aussage, die geht gar nicht. Absolute Red Flag. Wir arbeiten an einer Lösung. Nee, 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 nee. Dann schreibt wenigstens, wir arbeiten an einer Lösung, wie wir euch all euer geklautes Geld, beziehungsweise euren geklauten Bitcoin, wieder beschaffen dürfen. Leute, Leute, Leute. Werde ich auch genau beobachten für euch. Und als letztes, ja, Najib Bukele, ich feiere den Kollegen, der lässt sich nicht vom internationalen Währungsfonds oder irgendwas aus der Ruhe bringen, zieht ganz geschmeidig sein Ding durch. Und was passiert? Bitcoin dippt und er kauft. Buy the dip, meine Damen und Herren. El Salvador buys the Bitcoin dip as Topcoins tumble. Amid a broader Kryptomarket crash, El Salvador's President moves to add 150 Bitcoin to the country's stash. Weltklasse. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Der Kollege pfeift gerade auf alles, auf alle Drohungen, die ihm gerade entgegenkommen, von der World Bank und von der EZB und vom internationalen Währungsfonds und alle, die sold, die sind auf Bitcoin und macht das ganz entspannt. So wie man das machen soll, hat sich ein Grundstack gekauft und wenn Bitcoin jetzt dippt, dann wird er akkumuliert. Buy the dip. Herrlich, herrlich. Einfach nur herrlich. Das war es auch schon für heute. Falls euch was aufgefallen ist, genau, es ist noch gar nichts passiert heute. Es war alles ein bisschen chaotisch heute bei mir tagsüber. Deswegen werden die Änderungen ab Mittwoch in Kraft treten. Es wird euch schon auffallen, es wird da was passieren. Wir wissen ja, ab Mittwoch ist auch die allererste NFT und Blockchain Gaming Sendung von den Krypto Noobs. Das bedeutet, ab dieser Woche Montag Krypto News, Mittwoch NFT und Blockchain Gaming, also auch Play-to-Earn Games werden wir uns angucken, besprechen etc. Lasst euch überraschen. Freitag wieder unsere News. Und am Sonntag, Automatik Money Maker Money Live, meine Damen und Herren, mit euch zusammen schauen wir uns die Nachrichten des Wochenendes an, gehen die Woche auch, lassen die Woche nochmal Revue passieren und dann könnt ihr mir gerne 1, 2, 3, 4, 12 Fragen stellen, die ich beantworte und dann lassen wir den Sonntag ganz entspannt zusammen, muggelig, auskryptonisieren. Ich habe gerade den letzten, ja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt würden wir uns noch über drei Sachen freuen. Einmal die Sendung liken, dann den Kanal abonnieren und dann diese Benachrichtungsglocke hier, die bitte auch abonnieren. Für den Algorithmus und den Wachstum des Krypto Noobs Ökosystems, meine Damen und Herren. Wir sehen uns am Mittwoch wieder zur allerersten Krypto Noobs NFT Blockchain Gaming Play-to-Earn-Gibim Sendung. Bis dahin, trade well, gehabt euch wohl. Mamba, out.